so hallo wir machen weiter bei super mario maker 2 das letzte mal haben wir das peach level von alina gespielt und die neuen nicht die neuen aber alte level von frank angeschaut und da machen wir noch weiter blackout basement ein fünftel schafft also sollten wir hinkriegen auch wenn es anscheinend lange dauert mit zwei minuten sechs aber wir schauen mal wir schauen mal was wir so hinkriegen so nehmen wir auf es ist scrollt das erklärt aber die 206 weil dann ja ja alles klar da geht es halt auch einfach nicht schneller das aber schon mal dann will ich nicht sterben dann möchte ich wirklich nicht sterben in diesem level weil da müssen wir alles wieder neu von vorne starten das ist blöd das ist dann richtig blöd wenn man alles von vorne starten muss hier warte ich jetzt bis es wieder hell wird okay es gibt aber checkpoints das ist schon mal sehr gut das ist schon mal sehr gut okay das kriegen wir hin jetzt warte ich lieber wieder okay so und wieder warten oh den muss ich nutzen da gut genutzt das war aber jetzt rechtzeitig dass es hell geworden ist oh boy oh boy okay ich warte mal lieber hier verdammt ja aber die idee ist cool oh einen bosskampf gibt es auch wieder alles klar aber diesmal sehr einfach wirst du wohl okay keine gefahr hier einfach durch okay auch hier keine gefahr einfach durch sehr schön gut das war das deadly descent 2,4 prozent uff cape to gracefully glide down avoiding the deadly poison okay mit der feder nach unten zwei prozent uff oh und wir müssen cape mario bleiben alles klar achso gut wir können mal gucken was so kommt ja gut geguckt haben wir gut geguckt auf jeden fall komm bleib mal hier wir können eigentlich schon rüber zum nächsten nein der ist gestorben mist oh 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 und oh da muss ich oh da muss ich aber richtig aufpassen dass ich da oben dass ich da oben nicht anecke ah ich verstehe das ist nicht ganz so schön dass man dann da oben an den manchas anecken kann das wird für probleme sorgen jetzt kann ich hier rüber vorsichtig da oben oh jenke oh den kann ich nutzen und dann nein ah mist da wäre der nächste gewesen okay also da kann man dann ein paar kanonen nutzen hei hei man muss halt wissen was kommt als hilfe solange man das nicht weiß wird man immer erst mal sterben gut 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 solange ich nicht den level ablauf weiß werde ich immer probleme haben da durchzukommen nein oh was wie konnte ich das denn jetzt verfehlen was mache ich denn was war das denn für eine idee ich habe eigentlich nicht nach oben gedrückt ich hätte ihn da drüben ich bin halt ein biss ich glaube ich bin zu ich glaube ich bin zu ja ja ne das meine ich ich war zu schnell zu weit an der stelle da unten da darf ich noch nicht hin ich muss mich wirklich erstmal eine ganze lange zeit lang oben aufhalten ich muss also den wirklich ausreizen einmal noch gut perfekt so und jetzt kann ich nämlich ganz in ruhe den hier ausreizen weil der wird ja da erstmal hier drauf bleiben und auf dem kann ich jetzt ganz lange bleiben und jetzt kann ich in ruhe hier runter gleiten und gucken was kommt da kommen jetzt nämlich genug kanonenkugeln und solange ich so weit oben bin ist es optimal Mist die schwingen ein bisschen hin und her und schon bin ich überfordert aber wir haben einen guten Anfang wir haben einen guten Anfang gefunden wir haben einen guten Anfang gefunden das ist okay alles steht und fällt damit wie lange man es am Anfang wie lange man es sich oben halten kann dass man den Screen schön weit vorpowert ich hoffe es reicht ich hoffe es reicht Mist jetzt habe ich halt das Problem dass ich nicht mehr höher komme jetzt muss ich relativ schnell immer reagieren aber wir können uns ein bisschen ja wir kommen wir kommen wieder höher wir kommen wieder höher alles ist gut alles ist gut wir kommen wieder höher sehr schön die sind die werden schneller die sind fies die werden schneller aaaah mach doch sowas nicht aieieie okay alles klar pfuh pfuh brauche ich gar nicht weitermachen auch schon wieder den gleichen Fehler gemacht okay jetzt sollte das passen der landet jetzt da perfekt wir können hier ganz lange uns aufhalten dürfen nur nicht zu hoch kommen sonst werden wir irgendwann das Problem haben sehr gut okay jetzt wissen wir bescheid mit den roten Kugeln die werden schneller da müssen wir also gut reagieren okay checkpoint ziel So schnell? War nicht irgendwas mit 50 Sekunden der Weltrekord? Was? Das waren echt 50 Sekunden? Das kam mir viel kürzer vor. Krass. Krass. Richtig krass. Okay. Eieieiei. Ah, dann hatten wir es ja schon fast, als wir bei den roten Kugeln gestorben sind. Okay. Ancient Cooper Tresche. Ein Pyramidenlevel offensichtlich. But beware of all the traps. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ein Fallen Pyramidenlevel. Das klingt cool. 3%. Eine Minute. Let's go. Wo ist denn die Traps? Oh. Äh? Ah, ich hab mir gerade selber ne... Der Cooper ist rausgekommen. Ich hab mir gerade selber ne Trap gebaut. Upsi. Das, äh... War natürlich ein bisschen dumm. Okay, bisher kann man relativ gut einfach durch. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's in die Pyramide. Bisher keine Traps. Bisher keine Traps. Ja. Ups. Aber irgendwas wird mit den Blöcken noch passieren. Die sind ja da, die blau-roten, ne? Irgendwas wird mit denen ja noch passieren. Ich weiß noch nicht was. Aber irgendwas wird da noch passieren. Ziemlich sicher. Irgendwas muss da noch passieren. Mit dem On-Off. Aber heißt das, man muss hier nochmal zurück dann den Weg? Oder, oder, oder? Wir sind... Ne, kann nicht sein. Hier käme ich ja nicht mehr zurück. Okay. Ah, ja. Jetzt wird also doch umgestellt. Da bin ich jetzt aber sehr auf den Rückweg gesp... Ah, alles klar. Wow, jetzt wird's... Jetzt wird's... Jetzt kommt der heftige Teil. Okay. Das war... ...faktisch die Ruhe vor dem Sturm. Das war die Ruhe vor dem Sturm. Na, jetzt haben wir die Pyramide ausgeräubert. Und jetzt geht's los hier. Jetzt kriegen wir hier... ...ordentlich auf die Mütze. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich will das Geld gar nicht. Können wir einfach... Können wir es einfach so machen? Ich nehme das Geld nicht. Und... Oh, Junge... Oh, boy. Das war... Oh, es ist ja böse knapp. Also, können wir das machen? Ich nehme das Geld einfach nicht. Und dafür... Was... Lässt mich die Pyramide einfach raus? Wie würde das... Wäre das... Eine Idee? Also, allein die Stelle ist heftig. Okay. Ich wollte das Geld doch gar nicht. Ich schwöre. Boah, wie soll man das denn zeitlich schaffen? Was? Wie soll man da denn zeitlich... Das ist ja richtig sank. Das ist ja richtig krank. Jetzt bin ich gut. Jetzt bin ich gut in der Zeit. Jetzt bin ich gut in der Zeit. Okay, 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 okay. Man muss wirklich richtig durchziehen. Oh, Junge... Oh, nicht schon wieder... Oh, okay. Da ist aber in der Mitte dann die Lücke. Alles klar. Puhuuh. Mein lieber Scholli. Also, richtig durchziehen. Gar nicht hier warten. Okay, passt. Wenn man es mal weiß, geht es wieder klar. Aber... Uiuiuiui. Nein. Mach doch das nicht. Oh. Klopp. Das muss frustrierend sein, wenn man das im Endlos-Modus spielt. Erst denkt man, oh ja, cool, einfaches Level. Und dann plötzlich passieren Dinge. Okay, jetzt schnell durch. Ah. Nicht hoch genug gesprungen. Ah. Ich hab da was vergessen. Vor allem, es sind alles so knappe Sprünge, wie zum Beispiel der hier. Der ist halt super knapp. Uuuuh. Geht, geht, geht gerade so. Geht gerade so. Ich komm, ich komm noch weg. Ich komm noch weg. Alles gut, alles gut. Alles ist gut. Ich komm gerade noch so weg. So, jetzt sind... Jetzt kommen wir mal weiter. Oh nein, oh nein. Der zieht durch. Ah. Okay, wir kommen gleich am... Wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich am Ende. Wartenlevel. Sheesh. Was ein verrücktes Level. Richtig gut. Code Night at Stiletto Peak. 5% 1,51. Oh boy. Oh boy. Wait, hä? Ah. Ach du. Wie ist das dein Ernst? Mach doch nicht sowas mit mir. Oh ne, 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 ne. Den nehm ich. Oh, ich muss ihn auch... Oh, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Och nö. Was da kommt, gefällt mir gar nicht. Ich muss mit dem jetzt aushalten auf der Plattform. Ah, der muss einfach nur immer wieder über mich drüben. Über. Die interessiert mich nicht. Ein Pilz wäre mir die... Das nehme ich auch. Oh, bei meinem Glück wäre ich eigentlich in die Pflanze lang gesprungen. Aber offensichtlich bin ich doch nicht in die Pflanze lang gesprungen. Ah, den muss ich triggern. Und dann da drüben hoch, oder was? Ne. Ach, da krieg ich einen Schuh. Ach, dann muss ich... Ah. An dem werde ich dich wieder verlieren. Dann muss ich nämlich so und so. Ah, ja. Puh. Oh, boy. Ah. Ich hab halt Angst, dass mir irgendwann von oben so ein Viech runterknallt. Komm her. Komm her. Oh, Junge. Ich hab nicht auf den Boden geguckt. Ich glaub, ich kann hier hin. Ah, ich konnte überall hin. Wofür ist der? Der ist einfach nur, um mich abzuh... Oh, komm, du löst den Pilz aus. Und ich hol mir den Pilz. Dankeschön. Teamwork nenne ich das mal. Okay. Oh, da drüben ist bestimmt wieder eine Kanone. Oder ein Schuh oder irgendwas. Ja, ein Schuh. Komm her. Nice. Genau wie geplant. Sind wir schon da? Oh mein Gott. Nein. Okay, okay. Wir müssen es nur richtig timen. Alles gut. Die sind so langsam. Die sind... Die sind... Die sind machbar. Nein. Spring. Und geh weg. Lass mich in Ruhe. Will das nicht. Okay. Okay. Oh, jetzt brauch ich den großen Schuh. Nein, ich... Es war so klar. Alles nochmal. Alles nochmal. Wir waren so gut, ne? Wir waren so gut. So ein Mist. Nein, da muss ich ja... Jetzt bin ich ungenültig. Ich hasse es, wenn ich das sage. Nein, warum lasse ich mich denn da treffen? Ich würde doch einfach mal den Pilz auch behalten können. Wäre doch mal eine Idee, ne? Okay. Okay. So, gib mir den Pilz. Ich kriege ja nochmal einen. Stimmt, ja? Wo habe ich den denn dann vorhin verloren? Weiß es gar nicht mehr. Komm her, jetzt. Puh. Wo habe ich den denn verloren? Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, hier. Perfekt. Diesmal nicht. Nein. Jetzt muss ich wieder gegen den großen Schuh. Oh, Mann. Oh, yes. Und... Durch. Ah, es tut so gut. Es tut so gut, wenn man am Ende ist. Oh, ich dachte, da kommt das Ziel. Ah, okay. Nicht, dass da jetzt noch was... Nicht, dass ich den Schuh noch gebraucht hätte. Das wäre jetzt doof gewesen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Boah, sehr schönes Level. Ich will ganz kurz eine Sache nur gucken. Ist da ein Bonus? Da oben? Ich könnte mir nämlich denken, dass da ein Bonus ist. Ich weiß es aber nicht. Aber es würde... Es würde halt erklären, warum da... Genau da der Zapf ist und da die Plattformen, auf die man kann. Ja, nice. Bonus gefunden. So. Wie haben wir? 23 haben wir. Okay. Haben wir schon? Oh, das sieht mir ein bisschen zu lang aus. Das sieht mir ein bisschen zu lang aus. Jetzt führt, dass ich bei 23 Minuten bin. Das heben wir erst mal uns hinten an. Okay, 56 Sekunden klingt besser. Lead for the Lava Lifts. Ich muss mir da nur merken, dass ich da noch ein Level ausgelassen habe. Das mit den Wines. Das muss ich mir merken. Aber vielleicht nehme ich es auch gleich jetzt danach auf noch. Das war sehr smart. Oh gut, er kommt sofort hoch. Auch gut zu wissen. Ach so. Konnte mir nicht vorstellen, wie der weiterfährt. Aber jetzt weiß ich es. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich weiß jetzt aber halt nicht... Hä? Wann der abhaut. Und was der wieder... Ach so, jetzt ist er wirklich weg. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist nicht das Problem. Checkpoint. Okay, cool. So far, so good. So far, so good. Man weiß halt nicht... Man weiß halt nicht... Hä? Wie die Dinger fahren. Wollte ich gerade sagen. Oder sehe ich die Spur in der Lava einfach nur nicht und bin blind. Da ist keine Spur. Und vor allem, guck mal hier. Muss ich so lange da hin und her, bis das Ding da oben wieder auftaucht? Das verstehe ich noch nicht. Aber es wäre denkbar. Dass man sagt, hier links, rechts, links, rechts. Und irgendwann taucht die wieder auf. Eieiei. Okay. Okay, das ist wieder einfach. Bis auf diesen kleinen Zusatz. Der macht das Ganze unangenehm. Aaaaaah. Ich musste ja vor der Fahne sterben. Aber dafür haben wir jetzt die Stelle verstanden in der Mitte. Eieiei. Bin gespannt, ob wir die neuesten Level von Frank auch noch hinkriegen. Der scheint ja schon recht knifflig zu bauen, gerne. Weiß ja nicht, was der so aktuell gebaut hat. Bisher spielen wir ja alles alten Kram von ihm. Und da war er schon gemein. Also entweder er ist immer noch so gemein. Oder er hat sich gebessert. Oh Gott. So. Ist da nur die? Okay. Sehe ich schon am Ende wieder den Boom-Bum-Kampf oder sowas. Geht das Ding jetzt unter? Ich hab keine Ahnung. Ja. Äh. Und da ist sie wieder. Ja, ist jetzt egal. Dann lassen wir uns halt hier treffen. Okay. Nein, kein Boom-Bum-Kampf. Lediglich ein letzter Sprung. So. Gut. Und wir sind bei unseren 30 Minuten angekommen. Das passt. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und werde jetzt gleich mal das Wine-Level starten. Beziehungsweise drauf gehen. Dass ich weiß, dass ich das jetzt gleich noch spiele im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.